Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich es hasse zu packen? Yo, was geht ab liebe Leute? Heute ist ein richtiger Pechtag. Erst sind wir mit so einem richtig abgefuckten Schiff zwei Stunden gefahren. Da hat es angefangen zu regnen. Und dann haben wir einen Tuk-Tuk genommen und dann ist ein Baum auf die Straße gefallen. Das war richtig beschissen. Da haben wir erst den ersten Bus verpasst. Jetzt hocken wir hier und warten jetzt noch zwei Stunden auf den nächsten Bus. Danach fangen wir nach... Ich weiß schon gar nicht mehr wie es heißt. Egal. Scheiß drauf. So, noch ein paar Infos. Am 4.9. werde ich wieder zurück nach Deutschland gehen. Da lande ich dann in Köln. Da werde ich wahrscheinlich eine Woche Couchsurfing machen, wenn es klappt. Dann gehe ich weiter nach Hamburg. Dann werde ich eine Arbeitskollegin treffen. Wenn das hoffentlich auch klappt. Und ich werde dann zum Felix weiterreisen. Und danach geht es auch nach Polen und so weiter und so weiter. Dann bin ich wahrscheinlich einen Monat später zu Hause. Wir sind in Kampot angekommen. Yeah. Richtig am Arsch. Wir sind jetzt gerade noch drei Stunden mit einem Mini-Shuttle-Bus hierher gefahren. Das war ultra eng. Wir sind alle wirklich so gequetscht gehockt. Und jetzt wird dann erstmal schön geduscht. Wir haben wieder so ein richtig geiles Guesthauszimmer. Und heute Abend schauen wir mal ein Bierchen trinken. Und dann schauen wir uns noch die Stadt an. Und jetzt ist es irgendwie leicht aufgerissen. Und jetzt war ich gerade bei der Arbeitskollegin. Und jetzt ist es irgendwie leicht aufgerissen. Und jetzt war ich gerade bei der Arbeitskollegin. Die Apotheke. Die hat mir ein wenig so Salbe gegeben. Du musst mal schauen, ob das wirkt. Mal schauen. Ich hoffe, das geht bald wieder weg, weil es echt scheiße aus. Ein Tag später und frisch geduscht. Mein Auge geht es ein bisschen besser. Aber dafür ist das hier schlimmer geworden. Richtig kacke. Egal. Heute fangen wir nach Vietnam nach Ho Chi Minh City. Und dann sieht man sich erst wieder in Vietnam. Bis dann. Wir sind in Vietnam angekommen. Jetzt haben wir gerade unseren Bus getauscht. Wir liegen hier ein bisschen gequetscht. Aber es ist eigentlich ziemlich nice, weil man sich halt wirklich komplett hinlegen kann. Zwar nicht normal aufsetzen, aber ja, ganz cool. So. Na ja. Good morning Vietnam. Good morning Vietnam. Wir sind angekommen. Jetzt gehen wir in die Stadt. Entdecken alles. Wir haben sogar einen geilen Aufzug. Richtig nice. Das Ding hat hier neun Stoppwerke. Und wir haben sogar eine Rooftopbar. Richtig nice. Und das sage ich euch jetzt. Das ist heute alles. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 calling. Puh. Tschüss육 erosion Puh-Toi. Ball embedded藍 grab handgap von fuego. Gesternım Scientist CA-Toi Visual Grassmusik fund. cript постав Sanskrit median. Vielen Dank.